Musik Heuer am 8. Juni geht es los, da wird es für Juli 6.000 km gehen. Und zwar dann, wie die Rallye nach Dakar fahren wird. Eine Reise nach Marokko und vielen anderen Kursen. Ländern, Cities, der Welt, des Friedküstenkontinenz der Erde, Afrika, das Afrikaans, Julia Schrenk ist dabei vom Military Racing Team. Das erste Mal. Es ist lustig zu empfangen, aber ich muss zuerst eine Person mit der Strecke merken. Das ist nicht so einfach. Du hast ja nur Training und Quali, 20 Minuten gewesen. Und da sind wir jetzt aufgeregt. Genau. Genau. Wie war die Quali? Quali? Oh, war in Ordnung. Ich bin jetzt nicht voll gefahren. Ich habe einfach mal geschaut, wie die Strecke ist. Dass sie es mir ein bisschen einbringen haben. Ich habe Spuren gesucht. Ja, natürlich. Das sage ich mal in meinem Buch. Ja, natürlich. Das sage ich mal in meinem Buch. Ich brauche dich an beiden Tagen, Samstag und Sonntag, die Alianz. So bitte die Weltfahrer der Senioren-Zuperspräsidenten, kommst du zum Vorstart, kommst du zum Start. Das war eine Beginnkürze des Junge-Zuperspräsidenten in unserer Westen-Mobil-Aus-Katz 2013. Und die Kapitänische mit dabei, bei den Legisern, bei den Legisern, die neue Angegen-Familie-Raising-Team-Jugelerspräsidenten Und ich bin wahrscheinlich abgekommen im Juli aus der Zeit, wie wir erwarten, wo die geordentlichsten Himmelsäufe ins Mennmöte fahren wird, bevor sie die Reise antreten wird. Die 6.000 Kilometer. Klar, die wird das Wüstenabend. Heute wird ein bisschen so Wüstenwischen und geschnuppert. Wir kennen den nächsten Start. Oh, das ist schwer. I think the first time I was going to do, das ist wie ich so. Am Anfang anzude wenn ich stehe, dann warte ich auf der Zeit, wie Sie nicht leidige. Die Zeit im Juli von Norden eine Zeit ist. Das ist ein bisschen so Wüste, wie immer eine Zeit, wo die Frage ist. Und so wie wir das Wüste, wo wir uns auf jeden Fall haben, und bei der Zeit und bei der Zeit, die Zeit, die Zeit und Zeit, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.